Mit einigen Kameraden muss Micky zum Divisionsstab nach Potsdam-Eiche, Wachdienst für eine Woche. Es sind die Tage um das Weihnachtsfest. Am 21. Dezember bekommt Micky gehörige Schmerzen. Ein ruinöser Backenzahn, der am Vortag in zwei Hälften zerbrach, lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Mit einem Militärsanitätsfahrzeug kutscht man ihn ins NVA Zentrallazarett Potsdam. Im Behandlungssommer erwartet ihn der Armeearzt, ein bulliger Hauptmann, Stiefel, Schmetterlingshosen, weißer Kittel und Schirmmütze. Nachdem der ihn in den Stuhl gedrückt hat, schreit er Mund auf. Er sieht das Desaster und nimmt auch gleich die Zange zur Hand. Micky hat keine Chance, sich eine Betäubungsinjektion zu erbitteln. Kaum dass der Zahnarzt mit seinem rechten Bein auf Mickys Brustkorb kniet, beginnt er auch schon sein infernalisches Werk. Der verängstigte Patient wird immer kleiner, während der Stomatologe zerrt und zieht, rockelt und reißt. Mit errötetem Gesicht und Schweiß auf der Stirn wirft er mit lautem Geräusch den Zahn in eine Nierenschale. Während der Heimfahrt bittet Micky seinen Fahrer, einem Unteroffizier, kurz an einer Kaufhalle zu halten. Er bräuchte etwas Schmerzstillendes. Mit einer großen Flasche Tim Saurer, versteckt unter seiner Uniformjacke, kehrt er in die Kaserne zurück. Die kommende Nacht verbringt er seine Wache im KDL-Gebäude. Seine zwei Kameraden wünschen sich zu zerstreuen und laden Micky zu einer Runde Skat ein. Er muss ablehnen, könne er doch lediglich Quartett, Schwarzer Peter und Marmau. Sie wissen sich zu helfen und holen einen Arrestanten aus seiner Zelle. Nun dröschen sie mit jenem Unterfeldwebel ihre Karten. Nicht lange, denn der UVD schaut auf seinem nächtlichen Kontrollgang durchs Fenster des Wachgebäudes. Er reißt die Tür auf und zeigt sich wenig erfreut. Die drei Kartenspieler haben stramm zu stehen. Zwei Tage später bekommt das Wachlokal seinen erneuten Besuch. Er zeigt auf Micky, der gerade Bereitschaft hat. Sie schnappen sich sofort den Arrestanten und begeben sich vor das Haupttor. Dort soll er Schnee schieben. Es ist der Heilige Abend. Deutlich erkennt Micky hinter den Fenstern der gegenüberliegenden Privathäuser die brennenden Weihnachtsbäume. Es ist 17 Uhr, Zeit der Bescherung. Die Kalaschnikow geschultert, bietet er den Inhaftierten eine Zigarette an. Beide denken an daheim. Im Februar gibt es die zweite Abkommandierung. Micky muss nach Potsdam. In der dortigen Bählertstraße befindet sich das Instandsetzungsbataillon 1. In diesem Objekt hat er für eine Woche Wachdienst zu verrichten. Gleich die erste Nacht gibt es während seines Aufzugs ein besonderes Vorkommnis. Es liegt Schnee und es ist bitterkalt. Etwas außerhalb seines Postenbereichs ist ein Sanitätszelt aufgebaut. In diesem steht ein Kanonenofen, der ordentlich befeuert ist, aber nicht so richtig mit Wärme aufwarten kann. Die Posten vor Micky haben immer nur Holz nachgelegt. Doch will das Feuer sich nicht so recht entfachen. Kleinmütig qualmt es vor sich hin. Etwas versteckt hinter dem Abzugsrohr findet sich ein Regler und der steht natürlich auf geschlossen. Augenblicklich ändert Micky diesen Status. Der Ofen zieht jetzt. Doch das zieht Konsequenzen. Denn bereits nach wenigen Minuten beginnt er zu glühen. Als sich dann noch die Stahlplatte im Zeltdach, welche das Ofenrohr umschließt, ebenso rot verfärbt, wird es dem Soldaten Hennemann so richtig bullenheiß. Eine brenzlige Situation. Der Leidenstoff geht in Flammen auf. Die Zeltbehausung wird aufgegeben. Tags darauf müssen sich die Wachsoldaten verantworten. 4.000 Mark Regress verlangt die Bataillonsführung für die nächtliche Kurkelei. Inständig beteuert Micky seine Schuldlosigkeit. Ja, die Beweislage sei etwas strittig. In der kommenden Nacht kommt er nicht ganz so ungeschoren davon. Wieder herrscht beklagenswerter Frost und ein neues Zelt wurde nicht errichtet. Jetzt ist es eine Baracke, die seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und die ist unverschlossen. Ein Raum steht offen und ist lediglich mit einer Pätschaft versiegelt. Bedenkenlos wird sie entfernt. Das Innere gleicht einem Zugabteil. Unter den Sitzen befinden sich jene länglichen elektrischen Eisenbahnheizkörper. Diese werden sofort aktiviert. Zusammen mit dem Soldaten Dirk Michaelis, der eigentlich einen benachbarten Postenbereich zu bewachen hat, macht er es sich bequem. Ihre Kalaschnikows haben sie an die Türklinke gehängt. Sie gehen gerade ihren Träumen nach, als gegen Mitternacht der diensthabende OVD das Gebäude betritt, den Flur entlang schreitet und vor ihrer Tür irritiert stehen bleibt. Er erkennt die verletzte Pätschaft und vernimmt Mickis unüberhörbares Schnarchen. Die beiden wachen Schrecken hoch, als die Tür geöffnet wird und krachend die Waffen zu Boden fallen. Es folgt eine Standpauke des Vorgesetzten und unverzüglich werden sie abgelöst und eingesperrt. Es ist 3.30 Uhr. Nach einer Stunde werden sie aus dem Bau geholt. Sie haben nun die langen Flure des Hauptgebäudes bei Handbürsten zu reinigen. Eine Lehrverführung der Division im ganz großen Stil findet statt. Dem Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte in der DDR will man ein Programm allererster Güte vorsetzen. Hierfür muss sich Mickie der 8. Kompanie anschließen. Auf dem Gefechtsfeld sitzt er in einem BMP inmitten von vulgären, angetrunkenen und schmuddeligen Infanteristen. Sie erwarten den Befehl zum Angriff, den sie heute fahren sollen. Eine Flasche Korn macht die Runde, einige Lanzer wollen sich des größten Teils ihre Munition entledigen. Die Platzpatronen verrußen ihre Waffen sehr und die Reinigung wäre ihnen zu aufwendig. Die Mickie ist das Schnurz, wurde ihm doch als Gast eine fremde Kalaschnikow ausgehändigt. Und die hat er sofort nach dem Gefecht wieder abzugeben. Er steckt sich alle Jacken und Hosentaschen mit Magazinen voll. Vorher holt er die vier Imitationshandgranaten heraus, denn die will er nicht werfen. Ein etwaiger Frühzünder soll ihm keinesfalls seine Hand verkrüppeln. Mit Kusshand will man die ihm auch abnehmen. Doch hat er jetzt eine bessere Idee. Nachdem er die Deckel der Granaten entfernt hat, werden mit einem Stück Draht die vier Zündringe verbunden. Als draußen die Luft rein ist, schleicht er sich hinter den Schützenpanzer und befestigt an dessen Heck die geballte Ladung. Eine Viertelstunde später kommt das Kommando fertig machen zum Angriff. Motoren werden angelassen und mit einem mächtigen Ruck fährt das stählernde Ungetüm an. Die Handgranaten fallen von Kotflügel und werden so gezündet. Es rumpst gewaltig. So gewaltig, dass sofort der Befehl Angriff Stopp gegeben wird. Wie peinlich. Der sowjetische General ist nun gewiss enttäuscht von seinem kleinen Waffenbruder. Jetzt schlägt jemand an die Tür des BMPs. Micky entriegelt und öffnet schließlich die Stahltür. Ein entrüsteter Major will Auskunft darüber, was sich hier zutrug. Das sei staatsfeindliche Sabotage. Eine offene Sympathiebekundung für den Klassenfeind. Soldat Hennemann zuckt die Achseln und setzt einen Hundeblick auf. Der Jux wird nie aufgeklärt. Und der kommende Angriff wird ein guter. Nach drei Kilometer Fahrt springen die Mottschützen aus dem Fahrzeug und formieren sich zur Schützenkette. Feuerfrei ist das nächste Kommando. Sie schießen Dauerfeuer. 30 Schuss befinden sich in den Magazinen. Micky wechselt sie permanent. Beim sechsten beginnt der Lauf seiner Waffe zu glühen. Nun kommt ein Stellung und Micky stürzt mit der Waffe voran in den Schnee. Und die zischt gewaltig. Ihr Lauf ist nun nicht mehr der geradeste. Mickys Ruf im Regiment wird ein immer besserer. Kommt er vom Wachaufzug, rufen ihm Lanzer wildfremder Einheiten zu und wollen wissen, wann er wieder Wache steht. Weiß er um den entsprechenden Termin, gibt er ihn sofort Preis. So auch, als er erneut mit der 8. in das Wachlokal einzieht. Dritter Aufzug, Kfz-Park, verkündet er beim Mittagessen im Speisesaal. Hiermit können alle etwas anfangen, denn es ist Samstagabend und die Truppen wollen Alkohol. Um 22.30 Uhr steht Micky am Außentor des Fuhrparks. Es ist kalt und es schneit in Folge, als dunkle Gestalten seinen Postbereich betreten. Mitnichten eine Kontrolle des Wachhabenden, nur zwölf durstige Kehlen. Und die wollen sich unerlaubt entfernen. Da niemand einen Schlüssel besitzt, sind sie gezwungen, über den Zaun zu steigen. Dem letzten Mann verhilft Micky mit einer Räuberleiter zur Freiheit. Bevor sie sich entfernen, weist er darauf hin, dass er in einer guten Stunde abgelöst wird. Sie tauchen dann auch pünktlich wieder auf. Dem Micky ist gehörig kalt geworden. Schneebedeckt sind Uniform und Pelzmütze. Die Kameraden haben ausgiebig eingekauft und bedanken sich auf ihre Weise. Ein jeder lässt dem Wachposten ein, zwei, drei, vier Schluck aus seiner Flasche nehmen. Korn, Wein, Brand, Wodka, Likör, alles ist dabei. Die zwölf verschwinden nach der Verabschiedung in die Dunkelheit. Zu Brück bleibt ein seliger Micky. Als kurze Zeit später die Wachablösung eintrifft, findet sie ihn mehr als gut gelaunt vor. Nach dem Ritual des Postenwechsels stolpert Micky den Aufzug buchstäblich hinter dreien. Am Tisch, im Wachgebäude überfällt ihn dann die Müdigkeit. Doch er hat jetzt Bereitschaft und Schlaf gibt es erst in drei Stunden, was ihn jedoch wenig schert. Er begibt sich in den Ruheraum und verkriecht sich, da alle Pritschen belegt sind, unter einer dieser. Erbarmungslos dröhnt ihm der Schädel, als er zu seinem nächsten Wachtermin geweckt wird. Im März findet eine Divisionsübung statt. In leichten Sommeruniformen verlässt man das Regiment und fährt hinaus in den Frühling. Die ersten Bäume entlang der Landstraßen stehen bereits in Blüte. Ihre erste Nacht verbringt die Batterie im Bereitstellungsraum mitten im Wald. Auf dem Pritschen ihrer LKWs kommen sie zur Ruhe. Gegen zwei Uhr fallen Micky Wassertropfen von der Plane ins Gesicht. Er schlottert vor Kälte. Es ist Schnee gefallen. Ein Temperatursturz. Er springt vom Fahrzeug, spritet fünf, sechs Mal um es herum und will nicht warm werden. Allem voran seine Zehen. Kurzerhand schneidet er mit dem Seitengewehr zwei Fußlappen aus seiner Wolldecke. Die anderen Soldaten machen große Augen. Immerhin sei das doch Eigentum der Armee. Als dann noch das Frühstück ausfällt, weil der Küchenzug irgendwo stecken geblieben ist, reißt Micky seine eiserne Ration auf. Sie sei doch nur für den Ernstfall gedacht, klären ihn die Kameraden auf. Und genau dies sei sein ganz persönlicher Ernstfall. Rechtfertigt er sich und beißt in den Dauerkeks. Während der Vorbereitungsphase ging die Divisionsführung von Unfällen aus. Mit bis zu vier Todesopfern sei er perspektivisch zu rechnen. Und dieser Plan sollte erfüllt werden. Nummer eins und zwei sind Panzersoldaten, die mit ihrem Kettenfahrzeug die Elbe durchqueren wollten. Sie schaffen es nicht, ihn rechtzeitig zu verlassen, als plötzlich Wasser einringt. Nummer drei ist ein Berufsunteroffizier, der mit einem Stahlseil am BMP hantiert. Als plötzlicher Schützenpanzer anfährt, gerät es in das Sternrad und köpft ihn regelrecht. Nummer vier ist ein Zivilist, der mit seinem Trabi unterwegs ist. Er befindet sich zwischen zwei LKWs Ural, als das Fahrzeug vor ihm unerwartet eine Vollbremsung macht. Das hinter ihm Fahrende reagiert zu spät und fährt auf. Dem Trabanten seines Fahrers wird dies zum Verhängnis. Nach dem Crash misst der Pkw gerade mal ein gutes Meter in seiner Länge. Bald schon geht es zum nächtlichen Divisionsgefechtsschießen auf den Glitzeracker, einem riesigen Truppenübungsplatz nordwestlich von Brandenburg. Ihr Gefechtsfahrzeug, ein LKW des Typs Robur LO 1800, macht auf der Hinfahrt einen kurzen Zwischenstopp. Die Besatzung lässt ihren Granatwerfer auf der Ladefläche nur für kurze Zeit allein. Im Dorfkonsum von Groß Wudicke versorgt sich seine Bedienung, sprich vier Soldaten, ein Unteroffizier und der Fahrer mit Alkoholitäten. Eine Stunde später stehen sie auf dem zugänglichen Gefechtsfeld. Feuer bereit. Die B-Stelle hat die Zielkoordinaten errechnet und an die vier Werferbatterien weitergegeben. Richtkanonier Hennemann hat daraufhin seine Zieloptik eingerichtet. Nun heißt es auf den Feuerbefehl warten. Die Nacht bricht herein und die Kälte und es wird frisch in den Stellungen. Micky nimmt einen großen Schluck aus seiner Kräuterlikörflasche der Marke Altmeister. Untätig verharren sie zwei weitere Stunden. Die Flasche ist fast geleert, da kommt über Funk der Befehl Batterie richten. Augenblicklich will Micky sich hinknien, stolpert jedoch. Sein Hinterteil gerät gegen das Rohr des Werfers, die Waffe kommt aus ihrer Position. Keine Zeit für eine erneute Justierung, denn es heißt jetzt Feuer aus allen Rohren. Überrascht zeigt sich Mickys Besatzung, als es später heißt, sie hätten als einzige das Ziel getroffen, sprich die Gefechtsaufgabe erfüllt. Ein Zahlendreher bei der Übermittlung der errechneten Koordinaten verursachte die Fehlergebnisse. Ein dreifaches Hoch auf den Arsch der Soldaten Hennemann.